Freunde, ich hab da was für euch. Ich sitze hier gerade vor meinem Arbeitsplatz und habe etwas vorbereitet. Heute gibt es nämlich meinen Kameravergleich zwischen Samsung Galaxy S6, Sony Xperia Z5 und Apple iPhone 6s. Viele von euch haben darauf gewartet, auch ich fand das sehr, sehr spannend. Und ich dachte mir, okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Wir wollen uns hier aber nicht großartig auf die Specs verlassen, sondern ich habe wirklich viele verschiedene Bilder gemacht. Es sind zwölf an der Zahl und die werden wir nun mal ein bisschen genauer miteinander vergleichen. Ich denke, das dürfte ganz interessant werden. Dieses Intro hier, das nehme ich gerade mit der Frontkamera des Samsung Galaxy S5 auf. Also sagt mir doch, ob das was taugt oder nicht. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Gut, also, da sehen wir jetzt schon mal die vorbereiteten Ordner mit den verschiedenen Bildern. Ihr seht es, ich war vor allem draußen unterwegs, hab dann geschaut, dass ich alles mitnehme. Das heißt, wir wollen uns mal die Kontraste anschauen, aber natürlich auch, wie ist das bei schnellen Bewegungen. Wir haben ein bisschen mit dem Makro-Effekt rumgespielt, haben geschaut, wie ist es, wenn wir gegen das Licht fotografieren. Wie ist das, wenn wir in Räume rein fotografieren, in denen das Licht nicht wirklich gut ist. Und dann haben wir auch drinnen noch mal ein Foto gemacht, ein bisschen in den Himmel fotografiert und noch viel, viel mehr. Da gibt es also wirklich einiges, was es sich zu vergleichen, anzuschauen gibt. Ich glaube, so macht der Satz Sinn. Wir haben das hier ganz gut aufzuteilen, denn wir können hier gleich drei Bilder nebeneinander anschauen. Und das machen wir auch direkt. Ganz kurz zur Erklärung vielleicht noch. Ganz rechts das Bild, das ist immer das Sony Xperia Z5. Hier in der Mitte haben wir das Apple iPhone 6s und ganz links dann selbstverständlich das Galaxy S6. Das sind einfach drei Smartphones mit guten Kameras und genau deshalb vergleichen wir auch die drei und nicht irgendwas anderes. Was hier als erstes auffällt, das ist natürlich schon mal das Format. Wenn wir die höchstmögliche Auflösung nehmen, dann sind wir hier bei Samsung im 16 zu 9 Format. Und beim Apple iPhone wie auch beim Sony Xperia Z5 sind wir aber immer im 4 zu 3 Format. Das ist leider so voreingestellt, da können wir nicht großartig was dran ändern. Was hier als erstes ebenfalls auffällt, das sind natürlich die unglaublichen Farben. Wir machen das Samsung Galaxy S6 mal gerade größer. Und man sieht hier das Gras, das wirkt einfach deutlich grüner. Und auch die Blätter, die sind alle viel, viel bunter. Wir gucken das jetzt nicht auf einem AMOLED-Screen an, das wäre vielleicht eine kleine Erklärung dafür. Sondern wir sind hier tatsächlich auf einem ganz normalen LED. Und da ist es dann doch auch schon recht auffällig. Was mir sonst so auffällt, die Farben wirken hier am Rand ein bisschen bunter. Das kann aber auch natürlich daran liegen, dass die Sonne hier einfach ein bisschen besser durch die Bäume gekommen ist. Ansonsten bin ich da schon sehr zufrieden. Wir scrollen mal so bis zu 50% ungefähr rein. Das Ganze ist hier natürlich dann schon deutlich verpixelt. Aber wie macht sich da die Konkurrenz? Wir gehen hier mal kurz zum iPhone 6S. Ich werde das hier immer mal wieder runterziehen. Dann könnt ihr dort nämlich lesen, welches Gerät das ist. Machen auch das natürlich mal groß. Und auch hier muss ich sagen, die Schärfe gefällt mir gut. Und auch die Kontraste sehen auf den ersten Blick schon wirklich sehr, sehr schick aus. Sehr gutes Bild. Man kann sich natürlich mit dem 4 zu 3 Format anfreunden oder nicht. Ich bin kein großer Freund davon, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht großartig hier sprechen. Auch hier wollen wir stattdessen mal schauen. Auch hier wirkt es außenrum immer ein bisschen bunter. Das bedeutet, das Licht fiel hier wahrscheinlich einfach tatsächlich so ein. Gut, auch hier wollen wir mal kurz bis zur Mitte rein scrollen und schauen, wie sich das dann so mit dem Rauschen feilt. Gucken wir gleich nochmal ganz genau an. Zunächst mal das Sony Xperia Z5. Machen wir ebenfalls groß. Und hier sehe ich am Rand, das fällt gerade ziemlich gut auf, schon die ersten Schlieren. Das bedeutet, hier am Rand ist es deutlich unschärfer, als das in der Mitte der Fall ist. Ich habe alle Fotos immer im Automatikmodus gemacht. Ich habe nicht extra fokussiert, sondern ich habe die Geräte fokussieren lassen. Außer ich habe gesehen, okay, der Fokus macht nichts. Dann habe ich überall aber in die Mitte getippt. Und das nochmal selbst fokussieren lassen. Ansonsten natürlich alles ohne Stativ und einfach so drauf gehalten. Gut, ja, ansonsten sind die Farben hier auch deutlich heller. Das haben wir schon gesehen. Ab in die Mitte mit uns. Wir suchen uns hier aber mal einen scharfen Bereich aus. Dann kann man das vielleicht ganz gut vergleichen. Also, so im schönen reingezoomten Modus fällt auf die Farben deutlich saftiger, deutlich grüner beim Samsung. Das Rauschverhalten ist besser als bei der Konkurrenz. Wir suchen hier mal was mit vielen Blättern, dann kann man das besser vergleichen. Also, die Kanten, man sieht, dass es hier alles unscharf ist, aber die Kanten sind glatter, als es zum Beispiel beim iPhone 6s ist. Und das Xperia Z5, das hängt hier dann doch schon ein gutes Stückchen hinterher, auch bei den Kontrasten. Das Foto machen wir mal zu. Weiter geht es dann mit einer weiten Aufnahme. Hier wollte ich mal schauen, wie ist das so mit den Details. Und auch das machen wir nochmal auf. So, ich habe natürlich immer versucht, dass ich denselben Blickwinkel einfange. Hier habe ich mich dann einfach links an dem Baum orientiert. Und man sieht schon, beim 4 zu 3 Format geht das natürlich höher und tiefer. Das bedeutet, ich bekomme oben und unten mehr mit. Dafür natürlich an der Seite dann weniger. Da sind sich die beiden Ausschnitte hier schon deutlich ähnlicher. Wir machen mal wieder das Samsung Galaxy S6 groß und schauen, was uns hier so auffällt. Also, sehr schönes Bild, schöne Schärfe. Man kann hier noch viele Blätter einzeln voneinander unterscheiden. Das bedeutet, sie verlaufen sich nicht irgendwie ineinander oder sowas, was natürlich ein schlechtes Zeichen wäre. Hier oben kommt natürlich die Sonne rein. Man sieht das ganz schön. Da wird das Ganze natürlich überbelichtet. Das fällt hier auf jeden Fall auf. Auch hier zwischen den Bäumen. Unten sieht aber alles gut aus. Auch hier zoomen wir nochmal rein und gehen mal unten links in den Parkbank-Bereich. Und auch das schauen wir uns gleich im direkten Vergleich an. Erstmal machen wir aber das iPhone groß. Hier muss ich sagen, das sieht schon deutlich besser aus, als es beim Galaxy S6 der Fall ist. Hier sieht man die Konturen noch besser. Bedeutet, hier ist das Ganze ein bisschen schärfer geworden. Die Kontraste sind besser. Und hier ist es... Ja, doch. Das Bild gefällt mir besser. Da hat das iPhone den besseren Job gemacht. Einfach, weil man noch mehr Details erkennt. Hier oben ebenfalls der Bereich, in dem die Sonne scheint, natürlich ebenfalls überbelichtet. Aber weniger als beim S6. Das heißt, man erkennt zum Beispiel den Baumstamm hier noch besser. Auch hier ab zur Mitte. So, unten rechts. Hier könnt ihr das dann immer... Ja, ihr seht das nachverfolgen, dass ich wirklich überall in der Mitte bin. Da ist die Bank. Weiter geht es. Nehmen wir sie mal direkt nebeneinander. Mit dem Sony Xperia Z5. Deutlich überbelichtet. Hier oben deutlich zu viel. Das ist auch hier wieder leider nur die dritte Position. Vorne ist das iPhone. Dann kommt das S6. Und dann kommt das Xperia Z5. Auch hier sehe ich am Rand hin wieder Verschwimmungen. Bedeutet, zum Rand hin wird das hier tatsächlich unscharf. Die Details sind hier gut zu erkennen, aber schwächer als bei der Konkurrenz. Das sind so die Sachen, die mir als erstes auffallen. Ab zur Mitte, ab zur Bank und dann vergleichen wir das mal. Ja, hier fällt das auch auf, was ich eben gesagt habe. Also beim Rauschen sind die anderen beiden schon besser als das Xperia Z5. Die Bank ist hier am unschärfsten. Dann gibt es natürlich noch zu vergleichen das Samsung ganz links und in der Mitte das iPhone. Das iPhone stellt das Ganze deutlich dunkler dar. Das bedeutet, man erkennt beim Samsung mehr. Ähm, vom Rauschen her würde ich sagen, ist das Samsung leicht schlechter. Ähm, aber dann nehmen sich beide wirklich nicht viel. Gut, gucken wir nochmal ganz oben in den Bereich, wo uns die Sonne direkt entgegenkommt. Zu den Bäumen nämlich, genauer gesagt. Okay, dass wir das nochmal vergleichen können, dass ihr genau wisst, was ich eben meinte. Okay, tatsächlich bin ich gerade ein bisschen verwundert. Wenn wir nämlich näher rangehen, dann ist der Baum hier am schärfsten. Ähm, beim Samsung rauscht es am meisten. Dann kommt das iPhone. Dafür haben wir hier ein total unrealistisches Lila auf einmal. Das heißt, man sieht auf jeden Fall diese Lichtspielereien, dass sie was verändern. Ähm, das hätte ich so gerade ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Hier ist tatsächlich das Sony Xperia Z5 am besten, äh, weil der Stamm am genauesten zu sehen ist. Am schärfsten, am detailreichsten. Ähm, ja. Ah, das wundert mich jetzt ein bisschen. Zoomen wir mal ein bisschen heraus. Okay, hier fällt dann aber wieder aus, wenn wir das Bild insgesamt anschauen, ist das iPhone schon vorne. Und das Samsung macht hier auch das bessere Bild. Und es geht natürlich weiter. Wir haben einen schnellen, ja, Bach. Es ist kein Fluss, es ist einfach so ein kleiner Bach. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, das einzufangen. Aber auch das wollen wir hier natürlich mal versuchen. Was gefällt mir hier am besten? Wir machen mal das Samsung groß. Okay. Es gibt hier natürlich drei verschiedene Bereiche. Wir haben einmal hier oben den ruhigen Bereich, da wo der, ja, kleine Bach, oder wo der Bach erst entsteht. Und dann natürlich die schnellen Bewegungen, ähm, die natürlich möglichst sanft irgendwie rüberkommen sollen. Und das tun sie hier. Das sieht ganz gut aus, das ist ein echt schickes Bild. Auch außenrum alles scharf. Wie gesagt, hier muss man immer beachten, dass es aus der Hand fotografiert, ohne besondere Einstellungen. Und das ist schon gar nicht so einfach, das einzufangen. Wir kommen zum Apple iPhone. Ähm, wenn ihr mich fragt, ist hier das Samsung ein bisschen schärfer? Aber auch hier sind sehr, sehr schöne weiche Übergänge. Und auch hier außenrum alles scharf. Ja, die nehmen sich nicht viel. Ähm, iPhone und Samsung sind sich hier ziemlich ähnlich. Wobei ich behaupten würde, dass das Samsung doch noch ein kleines bisschen schärfer ist. Kommen wir mal zum Sony Xperia Z5. Auch hier sehr weiche Übergänge. Ähm, allerdings wirkt das Ganze nicht ganz so zart, so smooth wie bei den anderen beiden. Ähm, zum Rand hin sehen wir hier wieder Unschärfen. Das ist scheinbar so ein Problem der Linse irgendwie, dass es zum Rand hin dann doch undeutlicher wird. Aber ansonsten auch hier die drei Bereiche schön zu erkennen. Hier ist das Sony dann aber wieder hinten. Wir zoomen mal rein, welchen Bereich nehmen wir uns denn da? Einfach mal ab ins Getümmel. So, das sind ungefähr 50%. Das sind ungefähr 50% und das sind 50%. Gut, schauen wir doch mal. Wir nehmen uns hier einfach mal so ein Wasser. Nein, das macht keinen Sinn. Wir nehmen uns die Blätter, die hier oben links liegen. Da können wir nämlich auch mal gleich schauen, was mit dem Licht passiert. So, wo sind wir denn hier? Da sind wir. 50%. Gut, ja, das ist hier natürlich ganz fies, weil das Licht unterschiedlich stand. Aber, ähm, da, das ist doch ein ganz interessantes Bild. Also, der Wasserübergang ist am schärfsten beim iPhone 6s. Dann kommt das iPhone, nein, dann kommt das Samsung Galaxy S6 und dann das Xperia Z5. Wobei S5 und Xperia Z5 doch noch ziemlich ähnlich sind. Weiter geht es. Wir wollten mal ein bisschen, ähm, welches nehmen wir denn? Ja, nehmen wir mal das, die Nahaufnahme des Blattes. Da wollten wir einfach mal schauen, wie schaut das mit dem Hintergrund aus? Wird er schön unscharf? Gibt es hier diesen sehr beliebten Bokeh-Effekt? Ähm, alle drei Bilder schauen erstmal schön scharf aus. Aber was man hier schon erkennt, die Farben sind wieder am deutlich, ähm, kräftigsten beim Samsung. Und hier kennt man auch unglaublich viele gute Details. Der Untergrund ist überall schön unscharf. Hier gibt es so leichte Verschlierungen. Das kann ich euch aber sagen, liegt daran, dass sich die Blätter einfach sehr, sehr stark im Wind bewegt haben. Ähm, es war ein windiger Tag. Es war schwer, das so aufzunehmen. Aber für einen Aus-der-Hand-Schuss ist das schon gut. Ja, dasselbe Bild, das sehen wir auch hier beim iPhone. Ebenfalls sehr schön scharf. Ebenfalls viele Details, aber weniger als beim, ähm, S6. Und auch nicht so kräftig. Und dann kommt das Sony Xperia Z5. Ja, auch hier erkennt man das im Hintergrund. Hier rechts hin wird es auch wieder unscharf. Bedeutet, ähm, ja, der Autofokus arbeitet hier in dem Fall nicht ganz so gut oder nicht ganz so schnell, wie es bei der Konkurrenz der Fall war. Hier ist für mich das Samsung Galaxy S6 vorne. Wir haben ein schickes Bildchen auf der Bank gemacht. Und hier gab es natürlich verschiedene Sachen zu testen. Zum einen mal, ähm, ein bisschen was wird alles aufgenommen. Ich habe das Ganze an eine Linie gestellt und dort dann, äh, den Winkel gleich gehalten. Was bekomme ich alles auf dem Bild? Und wie sieht das, ähm, aus? Bedeutet, fokussiert ihr nur die Blätter oder schaut ihr auch den Hintergrund, dass der scharf wird? Das erkennt man ziemlich gut hier bei Samsung Galaxy S6. Hat ein ziemlich, ziemlich geiles Bild gemacht, wenn ihr mich fragt. Machen wir direkt mal groß. So, und was sehen wir hier? Man sieht sehr, sehr schön, welcher Bereich scharf gestellt wurde. Das bedeutet, ab dieser Linie hier ist es scharf. Aber eben auch nur diese Blätter hier. Das bedeutet, der Hintergrund ist wieder schön unscharf. Genau so habe ich mir das Bild ehrlich gesagt auch gewünscht. So habe ich mir das vorgestellt. So sollte das sein. Unglaublich gut geworden. Ich mag das Bild irgendwie. Das gefällt mir. Schön gemacht, Samsung. Viele Details, schöne Farben, Schärfe, so wie ich es gerne hätte. Ja, das hast du toll gemacht. Wir kommen zum iPhone. Hier finden wir die Schärfelinie ungefähr in dem Bereich. Ja, oberhalb dieser Linie. Und hier sieht man auch, dass auch im Hintergrund noch ein bisschen geschärft wurde. Das hier ist leicht unscharf. Hier wird es schärfer und hier liegt der Fokus dann irgendwie hier oben auf der Bank. Nicht auf den Blättern. Aber wie gesagt, ich habe das den Autofokus komplett alleine machen lassen. Ich wollte mich da einfach nicht einmischen. Ja, deshalb sind die Bilder hier natürlich auch nicht ganz, die Blätter hier nicht ganz so scharf geworden. Aber auch das Bild ist in Ordnung. Hier ist alles schön scharf. Der Rest wird dann leicht unscharf. Keine großartigen Pixeltreppen. Alles gut. Dann kommen wir zum Sony. Hier ist der Schärfebereich. Gerade schwer zu erkennen. Das hier ist auf jeden Fall scharf. Ich befürchte, das ist irgendwie so eine Kurve oder sowas, die hier scharf gestellt wurde. Das hier ist alles unscharf. Auch hier wird es unscharf. Hier wird es ein bisschen schärfer. Bedeutet, der Fokus liegt ungefähr in diesem Bereich hier. Ebenfalls ein schönes Bild, aber insgesamt nichts, was mich irgendwie vom Hocker reißt. Nein. So, machen wir das mal weg und kommen zu diesem Herbst-Emotionen-Bild. Wir wollten natürlich nochmal schauen, wie sieht das aus, wenn wir einfach mal so ein paar Farben irgendwie aufs Bild bekommen und viele, viele unterschiedliche Materialien. Also Blätter, dann liegen da Hölzer rum, dann liegen da Steine rum. Wie ist das mit den Kontrasten, wie heben sie sich voneinander ab, wie ist das mit den Farbstufen und so weiter. Und vor allem natürlich, wie ist das mit der Schärfe. Wenn wir viele unterschiedliche Höhen haben, ist es natürlich schwer, was scharf zu stellen. Aber wir haben es hier versucht und gucken mal, was daraus so wird. Also, groß machen wir zunächst mal das Samsung. Wir kennen das ja schon. Okay. Unten links sehe ich unschärfen. Rechts ist alles scharf. Oben rechts sehe ich leichte unschärfen. Oben links ist alles scharf. Hier drinnen ist ebenfalls alles scharf. Hier ist eine kleine Überbelichtung, aber wie gesagt, das liegt dann natürlich an der Sonne. Da müssen wir gleich mal schauen, wie das bei den anderen beiden Smartphones aussieht. Schöne Details, schöne Farben. Auch wieder ein schickes Bild geworden, muss ich sagen. Das zoomen wir auch gleich mal rein. Und zwar auf diesen Bereich. Das interessiert mich nämlich gerade, wie das bei den anderen aussieht. Auch hier beim iPhone sehr schönes Bild. Schöne Farben, schöne Kontraste. Auch hier die Überbelichtung. Wenig überraschend. Ansonsten ein gutes Bild mit wenig Auffälligkeiten. Hier unten wird es ganz leicht unscharf. Ganz, ganz wenig an den Ecken. Aber nichts, was man großartig irgendwie erwähnen müsste. Kommen wir zum Sony. Auch hier. Es ist als wäre so ein Ring hier, der scharf ist und außenrum wird es tatsächlich unscharf. Wie gesagt, ich habe hier nichts selbst fokussiert. Das hat der Autofokus so angestellt. Ansonsten schöne Kontraste, schöne Schärfe. Auch hier die Überbelichtung, wie bei allen anderen. rein mit uns und verglichen. Da ist das Blatt. Ja, am schärfsten ist auch hier wieder das Samsung. Ja, das hat am wenigsten Rauschen. Auch hier bei dem Blatt. Dann kommt das iPhone und dann kommt das Sony Xperia Z5. Wie gesagt, das ist jetzt alles das, was ich hier erkenne. Vielleicht gibt es da draußen irgendeinen Photo Pro, der sieht das alles ganz anders. Aber wir wollen das ja so machen, wie wir das hier sehen. Ich werde euch die Bilder auch alle in voller Auflösung nochmal auf meinen Blog laden. Da könnt ihr dann selbst vergleichen. Interessantes Bild, denn jetzt haben wir mal gegen das Licht fotografiert. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Auf den ersten Blick schon Sony deutlich heller als die Konkurrenz. iPhone am dunkelsten und dann kommt das Samsung mit einem relativ normalen Bild, würde ich sagen. Hier strahlt die Sonne sehr, sehr stark durch. Hier erkennt man die Blätter noch am besten. Hier nicht. Machen wir das dann so groß und schauen es uns mal an. Also man sieht hier natürlich diesen Lichtfokus, der sich hier so rum bewegt. Dementsprechend ist das hier natürlich auch alles überbelichtet. Man erkennt die Bäume und die Äste noch. Hier verschwindet so das ein oder andere Blatt. Ein bisschen Unschärfe gibt es bis ungefähr hier. Darunter wird dann aber alles scharf und schaut gut aus. Wir kommen zum iPhone. Hier erkennt man noch mehr Blätter. Die Überbelichtung ist nicht ganz so stark. Sie behält wirklich, das ist echt nur dieser Bereich hier. Bedeutet, alles darunter ist scharf und hat auch eine ordentliche Belichtung. Das ist nicht schlecht. Sehr gut, iPhone. Ja, darunter schaut alles gut aus. Und dann kommt das Sony. Ja, das ist größtenteils überbeleuchtet, überbelichtet und vor allem finde ich hier kaum einen scharfgestellten Bereich. Bedeutet, gegen das Licht fotografieren ist vielleicht nicht ganz so gut mit dem Sony Xperia Z5. Wir gehen mal in eine kleine Höhle rein. Ich wollte mal schauen, was nehme ich von dem, was wir da drinnen so sehen, war. Was kommt auf den Kameras rüber? Erster Eindruck. Ich glaube, das Sony hat die Nase vorn. Kann mich aber auch irren, da müssen wir mal genauer hinschauen. Auf jeden Fall wieder das iPhone, das dunkelste der drei Bilder. Machen wir mal das Samsung Groove. Okay, ja, hier hinten sieht man schon, wo wir in der Höhle sind. Da rauscht es. Leicht unscharf. Außen haben wir eine Überbelichtung durch die Sonne. Aber wir wollen hier wirklich mal reinschauen. Die Wurzeln sind alle noch gut zu erkennen, aber ein Rauschen sehen wir hier auf jeden Fall. Da gucken wir gleich nochmal ganz genau hin. iPhone Time. Ja, das sieht schon gut aus. Hier haben wir ebenfalls ein Rauschen, aber doch deutlich geringer, als es beim Samsung der Fall ist. Wenn wir uns diesen Bereich hier mal anschauen. Auch das dunkle, also das schwarze, sieht wirklich gut aus. Die Steine schimmern schön. Und die Wurzeln sehen ebenfalls gut aus. Oh, das könnte spannend werden. Da schauen wir mal genauer hin. Fünfzig. So. So. Sony Time. Was finden wir denn hier? Ebenfalls ein Rauschen. Jetzt muss ich nochmal kurz zu Samsung gucken. Ja, bei Samsung ist das Rauschen tatsächlich am größten. Leute, Sony ist hier besser. Und das iPhone ebenfalls. Schärfe schaut ebenfalls ordentlich aus. Wurzeln sind auch ganz gut zu erkennen. Äh, da bin ich gerade tatsächlich ein bisschen überrascht. Nicht schlecht. Schauen wir uns mal die Wurzeln in Nah an. So. Wo ist denn hier der dicke Knochen? Da haben wir ihn. Ja. So. Also, wenn man ganz nah hinschaut, dann fällt auf, dass es natürlich überall ein Rauschen gibt. Die, äh, größten Artefakte, die bilden sich dann doch beim Sony. Bedeutet, wenn man hier näher rangeht, dann wird das schon alles sehr, sehr milchig, sehr unscharf und ein bisschen eckig. Ähm, das iPhone sieht hier am besten aus. Und dann kommt das Samsung, das zwar ebenfalls stark rauscht, aber deutlich weniger Artefakte abbildet, als zum Beispiel das Sony. Und, dann haben wir noch dieses Bild hier, das mir auch ganz gut gefällt. Da habe ich zwei gemacht. Das ist das neuere. Also ist das auch das Bessere, sonst hätte ich ja kein neues gemacht. Und da kommt Nummer drei. Hm, erster Eindruck, hier ist die Lampe am besten zu erkennen. Hier sieht man auch noch schön in den Bereich. Beim Samsung wird das hier dann doch deutlich dunkler und auch beim Sony. Machen wir mal das Samsung groß. Auch oben im Himmel sieht man noch alle Äste. Das ist gut. Äh, die Blätter hier erkennen wir sehr schön. Die Farben gefallen mir. Kontraste, Farben, Schärfe, alles gut. Aber wie gesagt, die Lampe, die ist hier dann doch deutlich dunkler als beim iPhone. Beim iPhone sehe ich hier aber auch ein Rauschen. Ähm, die Äste erkenne ich ebenfalls. Sind hier dann allerdings doch ein bisschen schlechter zu erkennen. Ja, schlechter zu erkennen als beim Samsung. Bedeutet, hier ist es zu hell, zu viel Licht, zu überbelichtet. Ähm, das Bild sieht zwar von Weitem schöner aus, aber nah oder im normalen Modus ist dann doch das Samsung deutlich vorne. Und jetzt kommen wir mal zum Sony. Und da bin ich ja mal richtig begeistert. Hier ist der Himmel tatsächlich anders als bei den anderen blau oder, äh, also hier ist der blau, bei den anderen ist er weiß. Und so sah er auch tatsächlich aus. Das heißt, der Himmel war wirklich blau. Ähm, deutlich erkennt man hier die Blätter und die Äste. Ähm, das ist also auf jeden Fall am natürlichsten. Dafür ist die Lampe aber natürlich, äh, auch sehr dunkel. Da wollen wir jetzt aber dann doch nochmal ganz genau reinschauen. So, wo ist das Blättchen? Da ist es. Da, so haben wir 50% ungefähr. Ja, also, ganz, ganz viele Sachen fallen hier auf. Dass Sony als einziges nennt blauen Himmel, so wie er sein sollte, dafür ist das iPhone unglaublich überbelichtet. Ähm, die Ränder verschwimmen hier quasi im Licht. Ähm, man sieht keine richtige, äh, Farbe mehr. Nichts Realistisches. Und die Kanten sind deutlich, deutlich ausgeraut, ausgeflacht. Ähm, und das Samsung, das macht hier ein ziemlich, ziemlich geiles Bild. Das, ähm, das, ähm, das, äh, Blatt hier, das wir uns hier gerade anschauen wollen. Es ist ziemlich scharf, auch an allen Rändern. Man kann hier schön sehen, wie man alle Äste noch erkennt. Die sind hier beim Sony unscharf. Hier gehen sie so in die Farbe des Himmels über. Und hier haben wir schöne Kontraste, ähm, da hat also das Samsung echt das geilste Bild gemacht. Nicht schlecht, Samsung. Und weiter geht es. Hier wollten wir einfach mal, ähm, ganz wichtig, während des Gehens ein Bild aufnehmen. Bedeutet, ich bin hier ganz normal gelaufen und nicht stehen geblieben. Und wollte schauen, wie sieht das aus, wenn man aus der Hand shootet. Deswegen sehen wir hier auch unterschiedliche Bereiche. Hier bin ich noch, äh, weit weg davon. Hier bin ich dann schon drauf und hier habe ich das schon hinter mir gelassen. Wie sieht das also während der Bewegung aus? Also man erkennt hier auf jeden Fall eine Unschärfe übers komplette Bild. Ähm, wobei der rechte Rand hier deutlich schärfer ist als der linke. Und auch hier unten ist alles scharf. Das heißt, man sieht wirklich, dass es aus einer Bewegung raus passiert ist. Beim iPhone, ähm, haben wir ebenfalls hier rechts mehr den scharfen Bereich. Wirkt insgesamt aber doch ein bisschen schärfer als das Samsung. Also das iPhone wirkt ein bisschen schärfer als das Samsung. Aber auch hier sieht man die Bewegungen. Und beim Sony sieht man ebenfalls die Bewegungen unscharf. Bisschen schärfer, aber größtenteils noch unscharf. Da sieht man bei allen drei Geräten wirklich, dass man sich bewegt hat. Das Beste, würde ich behaupten, ist hier das iPhone. Und dann noch einmal schön in den Himmel so ein paar Schattenspielchen gemacht. Ähm, schönste Farbe eindeutig beim Samsung. Und das ist auch tatsächlich die realistische Farbe. Das heißt, es war wirklich ein bisschen dunkler als es auf den anderen beiden rüberkommt. Ähm, am hellsten ist es draußen beim Sony. Also ganz rechts, da erkennt man oben an den Bäumen noch richtig viele Details. Da erkennt man quasi alle Äste und sogar alle Blätter. Und das ist auch hier unten so. Ähm, das heißt, die Details, die erkennt man hier am besten. Ähm, iPhone ist dunkler und Samsung dann am dunkelsten. Aber wie sieht das mit der Schärfe aus? Das sieht gut aus. Ähm, hier wirken alle Bäume noch scharf. Zumindest nicht reingezoomt. Das gucken wir natürlich gleich nochmal genauer. Erstmal ist das iPhone dran. Ja, auch hier sieht die Schärfe gut aus. Ja, aber was ist denn hier unter der Maus los? Da wollen wir aber natürlich auch nochmal reinzoomen. Furcht, gell. Ja. Und Sony, ja, am hellsten, ähm, eindeutig am hellsten, die besten Details. Aber was macht die Palme hier? Ähm, es ist ziemlich interessant, was hier auffällt. Ähm, dass Sony bietet von, das haben wir jetzt schon öfter gesehen, wenn man von weit draußen schaut, die meisten Details, aber wenn man dann reinschaut, also reinzoomt, dann ist das doch, ähm, tatsächlich so, dass es meistens verschwommen ist. Ziemlich interessant. Da muss man sich aber natürlich fragen, wie oft oder wie viel zoomt man in ein Bild rein? Das bedeutet, will man es so sehen, wie man es vor sich hat und ist damit zufrieden, mit vielen Details, mit tollen Farben oder möchte man dann doch reinzoomen? Beim Reinzoomen ist das Sony dann nämlich tatsächlich immer ein bisschen schwächer. Ja, das sieht man auch hier wieder außenrum, die Ränder sind nicht wirklich scharf. Ähm, da ist mir gefällt es mir gerade aber auch schwer, bei Samsung und iPhone, dem iPhone, den Unterschied zu finden. Die sind da ziemlich gleich, auf jeden Fall beide leicht vor dem Sony. Und dann noch das letzte Bild hier, wollte ich einfach mal schauen, wie das mit dem Makromodus aussieht. Schade, warum habe ich denn das Bild jetzt nicht hier drauf? Ärgerlich. Ähm, gut, ich könnte euch jetzt noch sagen, wie ich das Bild in Erinnerung habe, aber dann lasst mir das einfach mal und kommen zu so einer kleinen Zusammenfassung. Also, ähm, was soll ich sagen? Ich denke, ihr habt es gesehen, ich denke, dieser Test war auch ganz nützlich. Das Samsung hat, wenn ihr mich fragt, insgesamt eine ziemlich, ziemlich geile Performance gehabt. Sehr, sehr viel Schärfe, sehr schöne, natürliche und sehr, sehr kräftige Farben und insgesamt gute Kontraste, Schärfe und wenig Artefakte und Rauschen. Das iPhone ebenfalls eine gute Kamera, ähm, hat hier und da die Nase vorn, ab und zu war es aber auch mal hinten. Ich war da ein bisschen begeistert tatsächlich in dem Low-Light-Bereich. Übrigens, ich habe Low-Light-Test-Videos gemacht mit dem neuen iPhone auf der Wiesn. Vom Turm oben solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das sah schon ziemlich nett aus. Ähm, und auch das Sony hat hier und da was Gutes abgeliefert, aber war dann doch, wenn ihr mich fragt, hinter der Konkurrenz zurück, aus vielen verschiedenen Gründen. Zu viel Rauschen. Der Autofokus, ähm, macht zwar eine schnelle Arbeit, aber nicht unbedingt eine gute. Bedeutet, es gibt sehr, sehr viele Unschärfen, vor allem zum Rand hin. Und ihr habt es auch gesehen, ähm, es bietet zwar viele Details, aber wenn man reinzoomt, ist das Rauschen und die Unschärfe dann doch gerne mal am meisten gegeben. Ja, was soll ich sagen? Das war mein sehr ausführlicher, wie ich gerade sehe, wir sind jetzt gleich bei 35 Minuten, äh, mein sehr ausführlicher Kameravergleich. Lasst doch mal gerne wissen, was eure Meinung ist. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Bis zum nächsten Mal.